So, wir kommen zurück zu einem weiteren Video und heute zeige ich euch mal, was ich so gemacht habe. Und das hier ist kein Teil von der Map, das hier ist eigentlich nur mein Hintergrundbild für meinen Kanal-Banner, weil ich einfach mir gedacht habe, hey, ich mache so viel Paint, darf ich es auch ein bisschen ausdrücken. Und dann habe ich hier so ein paar coole Sachen gemacht, die sozusagen in Paint vorkommen, zum anderen halt diese Learen und so weiter. Das kommt wahrscheinlich aber auch erst im zweiten Teil, denn wie in Portal 2 war es ja dann so, dass man eine Zeit lang irgendwie weg war und sozusagen so im Hyperschlaf war. Aber genauso wird es auch hier sein. Wir werden einen zweiten Teil einfach machen. Und da wird das dann alles überwachsen sein, beziehungsweise auch mit dem lilanen Zeug hier sein. Das heißt, es kommt erst später. Es wird die lilanen Farbe wahrscheinlich in dem ersten Teil noch geben, aber es wird, das ist ein Radio, hallo Radio, na? Aber diese lilanen Farbe wird nicht komplett explodieren und alles kaputt machen. Das heißt, die wird da nur hergestellt und wird nur gezeigt, dass es sozusagen die Verbindung von allen vier anderen Farben ist und richtig crazy hergestellt wird. Aber es wird noch nichts schief gehen. Das heißt, das ist so eine Sache, die ganz cool ist. Wahrscheinlich ist das Ende von der Map, dass dann einfach der Tank oder sowas explodiert und dann gibt es irgendwie schwarzen Bildschirmen und fertig. Ja, das ist sozusagen so eine Sache. Und dann wacht man halt irgendwie im nächsten Teil ein paar Jahre später auf und ist dann bei dieser, ja, bei dieser überwachsenen und lila-fizierten Welt. Das kommt dann sozusagen erst im zweiten Teil. Hört sich nach einem guten Plan an, oder? Ich weiß. Ich bin ja auch ein guter Planmacher. Und ja, das ist sozusagen die Idee. Apropos Plan, es läuft momentan eigentlich alles gut nach Plan. Ich bin dabei, gerade die Maps alleine zu machen. Äh, die ganzen Level. Laufe damit eigentlich auch relativ gut. Ich habe momentan sehr, sehr viele coole Level gemacht, die alle irgendwie so einen eigenen Charme haben. Hier zum Beispiel eins davon. Wie gesagt, äh, wie noch nicht gesagt, aber diese Level hier werden auch noch überarbeitet vom Design her. Also das heißt, hier wird auf jeden Fall, das hier zum Beispiel, sowas geht eigentlich normalerweise nicht. Das sieht irgendwie hässlich aus. Das wird überarbeitet. Da kommt dann noch, keine Ahnung, kommen hier noch solche Dinge hin oder so. Vielleicht mache ich auch noch eigene Models extra dafür, für Halterungen oder sowas. So Zäune oder so, die dann irgendwie so, keine Ahnung, was festhalten. So Dinge kommen halt, wie gesagt, noch. Das ist noch ganz wichtig. Auch für spätere Maps. Deswegen, ja, wird es hier quasi, kommen ja auf jeden Fall noch ein paar ästhetische Sachen dazu an Models. Weil ich, wie gesagt, ich werde ja nicht nur eine Map machen in der Richtung hier. Halpen Run wird ja weitergehen. Das ist ja sozusagen jetzt das Reboot von Halpen Run mit Paint. Und da gibt es ganz, ganz viele Maps, die ich noch machen möchte mit Halpen Run. Und ganz klare Geschichte, dass hier nicht einfach nur, ja, ne, ich muss auch für die Zukunft denken. Deswegen kommen ja noch ein paar coole andere Maps dann dazu. Ja, bis jetzt habe ich, ach, ich hasse das. So, bis jetzt habe ich insgesamt tatsächlich schon neun Level gemacht. Das ist gerade das achte hier. Das ist auch ein relativ cooles Level, muss ich sagen. Das ist relativ interessant, wie ihr das löst. Würde ich auch gerne mal wissen dann. Wobei mich das Level hier vorher sogar noch mehr interessiert. Wie ihr hier rauskommt. Also, beziehungsweise, wie ihr hier rauskommt. Das würde mich echt mehr interessieren. Das ist so ne Sache für sich. Wird richtig lustig. Also, ganz ehrlich, Leute, das wird ne richtig crazy Map. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Die Level sind extrem schwer. Im Vergleich zu den ersten. Die ersten Level waren noch richtig easy. Aber dann wird's immer schneller, immer schwer. Immer schwerer. Und das ist echt nicht einfach. Also, es ist wirklich nicht einfach. Ja, es ist nichts für schwache Nerven. Und die Map hat schon so ne gewisse Schwierigkeitsgrad, wo man sagen würde, okay, kann man schon mal so ne Stunde dranhängen. Ja, aber ganz ehrlich, wenn man sich eingespielt hat, sobald man mit den Farben irgendwie klarkommt, mit dem Gameplay, ist es eigentlich irgendwann kein Problem mehr. Das einfach nur noch ein bisschen rumprobieren. Und sobald man sich dran gewöhnt hat, das ist eigentlich ganz cool. Ich habe, wie gesagt, schon sehr, sehr viele einzigartige Level, die alle irgendwie ein anderes Design haben. Hier übrigens ein tolles Design, wo einfach der Boden zur Hälfte fehlt. Das ist natürlich noch nicht fertig. Hier ist der letzte Raum, den ich gerade gemacht habe. Hier geht's dann raus, nach oben. Und dann lernt man dann irgendwann die orangene Farbe kennen. Denn bis jetzt habe ich tatsächlich erst drei Farben verwendet. Und zwar lila, blau und grün. Und genauso hier ist einfach, ne? Hier wird deswegen die vierte Farbe angekündigt, weil man fragt sich natürlich, wir haben vier Seiten, warum nur drei Farben? Ganz klar, die vierte Farbe wird hier erklärt dann. Das ist ganz cool. Dann kommt man dann hier hoch und kriegt dann seine Elytra. Und dann kommt wahrscheinlich jetzt ein Elytra-Parcours hin. Genau, muss ich halt mal schauen, wo der dann lang geht. Wahrscheinlich hier irgendwo so in die Richtung oder hier einmal außenrum oder so. Genau, das heißt, lila wird erklärt. Und da wird man vielleicht auch noch durch so ein Glas-Ding dann durchfliegen. Und von da aus dann wahrscheinlich die Produktion von der lilanen Farbe sehen. Höchstwahrscheinlich. Genau. Und das wird zum Beispiel auch relativ cool. Das heißt also, ich kombiniere das ja noch ein bisschen mit Story. Dann hier kommt man dann sozusagen aus den Testräumen raus, weil man nämlich aus Versehen durch eine Glasscheibe fliegt. Und dann landet man quasi wieder da. Was wir eigentlich schon die ganze Zeit bei Paint hatten. Ja, das ist sozusagen die Idee. Cool, das ist sozusagen das, was ich hier machen will. Und das, was auch noch kommen wird. Übrigens, das hier hinten sieht auch so komisch aus einfach. Aber es ist schon irgendwie cool, wenn man dann irgendwie so hier oben ist und sich so denkt, wow. Dann fährt man hier so langsam runter und wird es wieder schon... Das ist schon cool. Ich mag das. Sieht echt irgendwie cool aus. Mag den Turm? Naja, keine Ahnung. Okay, Leute. Lasst mal euer Feedback da. Ich habe wirklich extrem viel Arbeit hier schon reingesteckt. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne auf Patreon unterstützen. Könnt die Map sozusagen supporten. Dafür bekommt ihr dann einen früheren Zugang zu der Map. Also sobald sie fertig ist, gibt es halt den Trailer. Also so einen Teaser. Und dann gibt es einen richtigen Trailer mit Download. Und ihr könnt dann halt sozusagen drei, vier Tage vorher schon spielen und keine Ahnung mir auf Twitter schreiben, wie cool ihr die findet und welche Bugs da noch überall sind und welche Blöcke ich vergessen habe wegzumachen oder sowas in der Richtung. Und was überhaupt nicht funktioniert oder wo die nicht weiterkommt. Und dann kann ich die Map sozusagen optimieren bis zum finalen Release. Und yay, das ist ziemlich cool. Das heißt, ihr könnt dann sozusagen ein paar Tage vorher spielen. Wenn ihr das wollt, keine Ahnung. Ist euch überlassen. Wie gesagt, ist aber eine ganz gute Sache. Es ist halt auch nicht monatlich, sondern tatsächlich nur dann, wenn ich irgendwas fertig bekomme. Und ja, selbst dann könnt ihr euch noch entscheiden. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Ich würde es empfehlen. Schaut mal vorbei. Muss auch nicht viel sein. So drei Dollar pro Map wird euch nicht umbringen. Ansonsten, ja, ich will euch auch nicht irgendwie um Geld anbetteln. Dann müsst ihr, also wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr es unterstützen wollt, gerne. Wenn ich dafür, wenn ihr es nicht unterstützen wollt, kein Ding. Bin ich genauso happy. Hauptsache euch gefällt die Map am Ende. Das ist das Wichtigste. Das ist nämlich wirklich extrem wichtig. Diese Map muss einfach gut werden. Und deshalb stecke ich hier auch so viel Arbeit rein. Deshalb habe ich es auch nochmal komplett überworfen und auf den Kopf gestellt, weil ich mir gedacht habe, das ist noch nicht ganz richtig. Es muss anders sein. Es muss halb ein Run sein. Und da muss es irgendwie auch von mir komplett irgendwie konzipiert worden sein und tatsächlich auch von mir umgesetzt worden sein. Wie gesagt, ich werde noch ein paar Leute dann hier haben, die das mit mir überarbeiten. Und beziehungsweise ich werde dann auch noch, bevor ich das hier überarbeite, noch ganz, ganz viele kosmetische Blöcke hinzufügen. Wahrscheinlich auch ganz viele Zäune, die irgendwie was Spezielles machen. So, keine Ahnung, solche Lüftungsschächte oder sowas darstellen. Irgendwas in die Richtung, dass es hier halt ein bisschen mehr lebendig aussieht. Oder dass man halt wirklich sieht, okay, das ist jetzt so ein großer Raum und da sind dann auch teilweise mal so Lüftungsschächte, die da so durchgehen oder so. Keine Ahnung. Oder Ventilatoren an der Seite oder irgendwas in der Richtung. Irgendwas Cooles. Hier muss noch irgendwie mehr Leben rein. Irgendwie mehr Animationen. Vielleicht auch ein paar leuchtende Blöcke oder sowas. Ihr könnt mir auch gerne Ideen und Vorschläge für irgendwelche coolen Sachen schicken. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Wenn ich jetzt die blaue Farbe hätte, könnte ich euch mal zeigen, wie asozial dieser Raum ist, aber das möchte ich jetzt nicht machen. Es ist wirklich extrem schwer teilweise. Also, das ist nicht asozial. Man muss es sich einfach mal angewöhnt haben und dann funktioniert es auch schon. Dann hat man es irgendwann raus. Ja, aber das kann ein bisschen dauern manchmal. Kommt immer auf euch an. Ha! Ich mittlerweile komme extrem gut damit klar und ich kann das auch extrem krass speedrunnen. Hier allein den Raum hier, den habe ich jetzt schon 50 Mal gespeedrunnt ungefähr und ich schaffe es mittlerweile in 20 Sekunden oder so. Oder in 10. Und das ist ziemlich nice. Also, ich werde hier wahrscheinlich auch einen kompletten Speedrun hochladen, sobald die Map fertig ist. Und dann könnt ihr das gerne auch tun und voll abgehen und durchrennen und so weiter. Freue ich mich drauf. Wirklich. Das wäre echt cool. Okay, ansonsten würde ich sagen, das war's. Ich habe jetzt wieder 8 Minuten lang irgendwie... Warte mal. 8 Minuten lang irgendwie rumgequatscht. Ich hoffe, es hat euch irgendwie trotzdem gefallen. Peng, peng, peng. Und wenn ja, könnt ihr ja den Map einen Daumen hoch da lassen. Und dann sehen wir uns. Hier übrigens, das sind meine Templates für die Räume. Wenn man das Level beendet. Die übrigens auch nochmal ein bisschen überarbeitet werden müssen, ehrlich gesagt. Aber da muss ich auch vielleicht nochmal schauen. Ach Mann. Ach, alles so eine Sache. Ach, alles eine Frage der Perspektive, sage ich da. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Es ist wieder sehr, sehr toll, dass ihr dabei wart und dass ihr mir zugeschaut habt. Und ja, ich würde mich über alles freuen. Ich war gerade unsichtbar. Da, schon wieder. Ich bin unsichtbar. Bin unsichtbar. Guck mal da. Das ist aber echt ein bisschen crazy gerade. Guckt da. Ha. Gut, Leute. Würde ich sagen, ich sage euch mal aus dem Jenseits Tschüss. Habt einen wunderschönen Tag und ich hau jetzt ab. Ha. Bis dann. Mua. Wo bin ich hin? Hallo.